Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zur siebten Folge von Aktien kurz und knapp, dem Podcast für zwischendurch von junger Anleger. Mein Name ist Robin und heute schauen wir uns die Aktie von Adyen genauer an. Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat große Pläne für die nächsten Jahre. Konzernchef Peter van der Does sprach darüber im Februar mit dem Handelsblatt. Man sei dabei, ein globales Unternehmen zu bauen und zwar ohne die Übernahme anderer Firmen. Was erhofft sich Adyen von dieser internationalen Fokussierung? Zuerst einmal sollten wir uns dazu ansehen, wie Adyen seine Umsätze erwirtschaftet. Adyen gehört zu den sogenannten Paytex. Diese wickeln Zahlungen für Händler ab. Der Hauptfokus liegt auf dem E-Commerce. Dabei sagt der Konzern einen Mini-Anteil jeder Transaktion als Gebühr ein und verdient so sein Geld. Ein zentrales Ziel von Adyen ist es, das Bezahlen für seine Kunden einfach und optionsreich zu gestalten. Schon länger zahlen Konsumenten vermehrt bargeldlos mit Kreditkarte, Smartphone, PayPal und Go. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend durch die bekannten Effekte noch einmal deutlich verstärkt. Alleine im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres ging das Transaktionsvolumen von Adyen dadurch um 72% auf 300 Milliarden Euro nach oben. Adyens Gebühren sind so klein, dass davon lediglich 357 Millionen Euro Gewinn übrig blieb. Das ist ein Plus von immerhin 51% zum Vorjahr. Das rasante Wachstum macht das Paytex aus Amsterdam selbstbewusst für weitere Schritte. Heute erzielt Adyen etwa 60% seiner Umsätze in Europa. Auch in den USA, dem zweitgrößten Markt, hat man sich im letzten Jahr stark entwickelt. Im Gegensatz zum recht einheitlichen westlichen Sektor spricht Van der Doos von stärker fragmentierten asiatischen Märkten. Es braucht mehr Zeit, dort in einzelne Märkte einzusteigen. Aber das ist, mit Ausnahme von China, das klare Ziel des Tech-Konzerns. Während sich die Konkurrenz größtenteils auf die USA und Europa sowie einzelne Regionen konzentriert, will Adyen sein Geschäft weltweit ausbauen. Somit kann der zunehmend globale Ansatz zum wichtigen Burggraben für die Niederländer werden. Bekannte Unternehmen für die Adyen-Zahlungen abwickelt sind unter anderem Booking.com, Spotify, Netflix und Uber. Auch in Deutschland hat man durch die Zusammenarbeit unter anderem mit Zalando, Flixbus oder Gorillas bereits einen großen Kundenstamm aufgebaut. Und auch wenn die Paytex-Branche weiter starkes Entwicklungspotenzial besitzt, Adyen will 80% seines Wachstums über bereits bestehende Kundschaft der Konkurrenz realisieren. Dass der Konzern dazu in der Lage ist, hat er bereits ausreichend bewiesen. So konnte man den großen Konkurrenten PayPal bei eBay ausstechen. Der für die Branche prestigeträchtige Online-Marktplatz verkündete bereits 2018, seine Zahlungen in Zukunft selbst zu übernehmen und Adyen dabei zum wichtigsten Partner machen zu wollen. In diesem Jahr soll der Wechsel dann über die Bühne gehen. Mit dem eBay-Zahlungsverkehr bekäme Adyen Zugang zu einer fetten Pipeline. 2020 betrug das Volumen auf der Plattform 85 Milliarden Euro. Solche Deals und der Fokus auf ein global vernetztes Geschäft könnten in Zukunft weitere große Kunden von einem Wechsel zum niederländischen Paytex überzeugen. Die Wortwahl von Adyen-Chef Van der Dös zeigt, der Konzern selber rechnet fest damit. Ich denke, inzwischen haben es die meisten verstanden. Je größer das Transaktionsvolumen seiner Partner, desto besser verdient am Ende auch Adyen. Ob mehr Menschen mit Uber fahren, Netflix abonnieren oder ihre Einkäufe mit dem Schnelllieferdienst Gorillas machen, am Ende profitiert das Paytex vom größeren Zahlungsstrom. Andersherum funktioniert die Rechnung natürlich aber auch. Je schlechter das Geschäft der Kunden läuft, desto weniger setzt Adyen um. Damit die Umsätze also weiter steigen, arbeitet Adyen verstärkt mit großen und erfolgreichen Playern der jeweiligen Branchen zusammen. Grundsätzlich überzeugt uns bei der Adyen-Aktie heute die stark etablierte Marktposition und der expansive Ansatz. Daher ist das Wertpapier für uns eines der ganz heißen Eisen im Finanzsektor. Demnächst erscheint noch eine weitere Folge zu diesem Thema. In dieser werden wir die beiden Geschäftsmodelle von Adyen und PayPal vergleichen. Können beide langfristig erfolgreich koexistieren oder schnappt man sich gegenseitig, wie im Beispiel von Ebay, Marktanteile weg? Du kannst den Podcast ganz einfach folgen, dann wirst du benachrichtigt, sobald diese Episode online geht. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung da lässt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao!